Hallo, ich bin Tom und ich erkläre dir die spannende Welt der IT. Arbeitsspeicher, auch RAM genannt, ist wie der Kurzzeitspeicher deines Computers. Stell dir vor, dein Computer ist wie ein Schreibtisch. Je größer dieser Schreibtisch ist, desto mehr Sachen kann der Computer gleichzeitig darauf ablegen, um schnell damit zu arbeiten, genau. Das macht der RAM. Er speichert alle Daten, die der Computer gerade braucht, um Programme flüssig laufen zu lassen, ohne ständig auf die langsamere Festplatte zugreifen zu müssen. Technisch gesehen ist RAM ein flüchtiger Speicher. Das heißt, er hält Daten nur so lange, wie der Computer eingeschaltet ist. Sobald du den PC ausschaltest, wird der RAM geleert. RAM-Module sind lange, dünne Chips, die auf das Mainboard des Computers gesteckt werden. Jeder dieser Riegel hat mehrere kleine Speicherzellen, die winzige elektrische Ladungen halten, das sind deine Daten. Diese Ladungen können blitzschnell gelesen und verändert werden, wodurch dein Computer schnell auf Daten zugreifen kann. Der Stand der Technik sind heutzutage DDR5 und DDR6 RAM-Module. DDR4 war lange Standard, DDR6 ist neuer und schneller. DDR6 hat mehr Speicherbandbreite, was bedeutet, dass er mehr Daten gleichzeitig verarbeiten kann. Für Gamer, Videoeditoren oder alle, die mit großen Datenmengen arbeiten, bringt DDR5 eine merkliche Leistungssteigerung. Ein Beispiel, du bearbeitest ein großes Bild, hörst Musik und hast viele Browser-Tabs offen. Der RAM hält all diese Daten auf deinem Schreibtisch, damit der Computer ohne Verzögerung zwischen diesen Aufgaben hin und her springen kann.